Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 23. Juli. Heute dabei iOS 12, S-Pen, Snapcash und Eventbrite. Ja, ihr merkt schon, wenig Themen. Es ist Sommer und übers Wochenende ist nicht so viel passiert. Aber beginnen wir einfach mal mit iOS 12. Da ist jetzt rausgekommen, dass ein neues Feature inkludiert ist. Und zwar, wenn man eine SIM-Karte aus dem iPhone entfernt, dann wird jetzt direkt das biometrische Entsperren deaktiviert und man muss einen Code eingeben. Also sprich, die SIM-Karte ist raus. Man muss den Code wissen, ansonsten passiert gar nichts mit dem iPhone. Und ja, ein weiteres Sicherheitsfeature, was Dieben das Leben erschweren wird. Also mittlerweile sind wir da echt gut dabei, denn so einfach ist so ein iPhone nicht mehr zu entsperren. Und gehen wir mal direkt zur Konkurrenz. Denn, ja, irgendwann im Herbst werden auch neue iPhones kommen. Aber wir wissen auch, dass irgendwann rund um die IFA rum, die ja in knapp einem Monat auch ansteht, oder fünf, sechs Wochen, so Pi mal Daumen, dass Samsung wahrscheinlich ein neues Note vorstellt. Und zwar das Galaxy Note 9, logischerweise. Und da wurde jetzt in einem Leak rausgefunden, dass der S-Pen, also der Stift, mit dem man auf dem Galaxy Note schreibt, dass der diverse neue Features bekommen wird. Unter anderem wird man mit dem S-Pen die Musik steuern können. Man wird den S-Pen auch als Kameraauslöser benutzen können. Und auch das Note damit sperren können, indem man ihn entfernt. Diverse andere Features sind auch noch dabei. Und wenn es euch interessiert, wenn ihr generell im Markt seid für einen Galaxy Note, dann schaut doch mal den Link zum stadtbremerhaven.de-Blog an, den wir in den Shownotes haben. Da habt ihr noch weitere Infos zu dem, was euch dann bevorsteht, wenn das Gerät in den Markt kommt. So, nächstes Thema, Snapchat. Die haben ja das Feature Snapcache, was nicht in Europa funktioniert und was wahrscheinlich die wenigsten von euch kennen werden. Aber Snapcache ist eine Kooperation mit Square gewesen, einem Zahlungsanbieter aus Amerika, der auch nicht in Europa großartig aktiv ist. Und damit konnte man auf Snapchat Geld hin und her schicken. Das wurde durchaus für eher so erotische Sachen, um es mal so zu sagen, verwendet. Aber ja, irgendwie, es gibt genug Möglichkeiten mittlerweile, Geld hin und her zu schicken. PayPal, ja, Winmo fällt mir da noch ein und diverse andere Dienste. Und damit ist Snapcache ein wenig überflüssig, mehr oder weniger. Klar, könnten die das weitermachen, aber wollen sie sich den Stress antun? Nee, anscheinend nicht. Denn im Code wurde jetzt entdeckt, dass Snapcache demnächst ausläuft. Es wird ein Text erscheinen, dass es entsprechend nicht mehr verfügbar ist. Das ist, wie gesagt, für uns in Europa irrelevant. Aber Ende August ist Schicht im Schacht für Snapcache. Und dann sollen die Nutzer einfach andere Sachen verwenden. Nächstes Thema, Eventbrite. Das ist ja so ein Dienst, um Veranstaltungen mit Tickets zu versorgen, damit halt sich Besucher anmelden können. Ich benutze den Dienst auch sehr, sehr gerne für meine Veranstaltungen, die ich so tue. Diverse Barcamps oder auch 90 Minuten digital. Und die werden jetzt an die Börse gehen. Wie so viele auch gerade gefühlt in diesem Jahr, steht es wohl an, dass Eventbrite ein IPO machen wird. Und ja, also mich wundert das jetzt nicht. Eher, dass es so lange gedauert hat. Die sind ja auch mittlerweile zwölf Jahre am Markt und verdienen auch wirklich Geld. Also das macht durchaus Sinn, wenn man denn entsprechend eben nicht die komplette Sache privat halten möchte. Und ja, das steht halt demnächst an. Es gibt jetzt die Underwriters für den IPO. Goldman Sachs und GP Morgan Chase & Co. Und dann wird es bald losgehen. Und ich bin mir sicher, wir werden da dazu noch Abmas im G-Talk Daily haben. Ja, das war es jetzt eigentlich auch. Oder, na, was heißt eigentlich? Also das war es auch. Wie gesagt, ruhiger Start in die Woche. Den wünsche ich euch auch, wenn ihr Schule habt, wenn ihr Arbeit habt. Kommt gut in die Woche. Und schönen Montag. Und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Hört mehr Geek Talk.